herzlich willkommen und zurück zu let's play ls 17 auf der map silber susum so wir wollten wo sind an der schneise vorbeigefahren wir wollten den ersten mais kann man zu machen ja wohl war mit einem riesigen haufen und schon wieder vorbei wir wollten den ersten mais zur zum bauern bringen für die produktion von schweinefutter das war glaube ich hier erstmal besuchen war das hier war das hier genau hier war das sehr schön wir wollen marker setzen und in den steigen ein dann wollen wir mal ratterratter wo ist denn der marker da hinten dazu brauche ich doch mal eine karte wie müssen wir denn gerade runter irgendwann recht gut und das eine kleine karte mal aber das ist gut unser lkw der fährt schnell knappe 80 81 das ist auch schon fertig das ist auch schon fertig das feld da müssen wir mal gucken glaubt dann werden wir als nächstes doch den wir haben wir erst mal unseren ganzen ganzen meist vom feld und so ist denn das sind unsere markierung unsere markierung gar nicht wir sind auch falsch gefahren wir hätten da vorne weiter runter muss kommen wir drehen einfach mal auf der straße ich weiß leute ist es nicht erlaubt aber es ist gerade keiner da und wir sind neu hier im dorf da dürfen uns doch noch mal verfahren und jetzt sehe ich auch die markierung wieder da hinten müssen wir hier lang entschuldigung 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 so hier muss man lang da hinten müssen wir hin ich glaube ich könnte die straße entlang machen oder ich glaube schon jetzt können auch vollgas geben genau das ist der richtige weg aber sie mit in an sich fahren so schön da man es hat sogar ein navigationssystem sehr schön hat auch licht von innen von innen ist auch beleuchtet das finde ich ja genial so ein wunderschönen tag ein wunderschönen tag wir wollen bisschen schweinefutter herstellen die bundsblit den richtigen tröger vielleicht rückwärts ran fahren sehr schön wir passen nur 20.000 rein ok ok was kann man hier hier kann man es glaube ich direkt verkaufen gibt es in der lagerhalle etwas kleines kann man das hier benutzen hier ist der ballen verkauf hier ist ballen verkauf ok gut dann würde ich sagen hier ist voll das ist schön dann können wir aber so muss ich jetzt mal wieder auf die karte gucken hier ist unser lager also hier geradeaus geradeaus und an händler vorbei ok jetzt können wir aber das fällt das krieg da noch abgeerntet das müsste eigentlich fast hinkommen jetzt wollen wir erstmal wieder zu unserem feld für 5000 brauchen wir nicht da noch ganz hinten fahren erst wenn er voll ist dann lagern wir das direkt ein hier müssen links rum diese engen kleinen straßen hier und dann geradeaus fahren wir mal in ansicht selbst würfel haben wir hier selbst die würfel und da wir haben vorfahrt so schnellheit 70 dürfen wir sehr schön autos überholen dürfen auch das ist doch wunderbar normal okay die hat da und er fährt auch hier gerade runter sehr schön so er dreht sogar richtig den flug der unser helfer das ist sehr schön ich kann mal kurz hier hinstellen dann können wir dich doch auch schon starten genau die starten wir mal ja ein bisschen an ihr selber zu pflügen noch zu kubern dann müsste so auch gleich fertig sein deswegen haben wir doch mal arbeit feld 90 normal ok ersten wegpunkt starten genau abgut er gleich weiter der dominator er blinkt schon er müsste eigentlich kleines bisschen hat er noch das würde ich sagen das können wir schnell selber machen reinholen so das stück machen wir selber schnell fertig wo aber ich glaube ich drei vorgewinne das kriegen wir gar nicht hin ich glaube das war gerade ein bisschen zu viel des guten ich glaube die kommen sich in die quere glaubt die kommen sich in die quere glaubt die kommen sich in die quere zurück das war unseren kollegen auch nicht behindert bei der arbeit so machen wir das fällt nochmal fertig sehr schön dann können wir den doch würde ich sagen müssen wir mal gucken ob feld 6 schon bereif ist weiß nicht das haben wir glaube ich als erstes angepflanzt als zweites das müssen wir gleich mal gucken doch noch ein ganzes stück aber ist nicht so schlimm selbst ist da man so schön wir sind voll das rohr ausfahren das rohr ausfahren so gutes stück hat er schon fertig aber hier hinten würde würde rüber gerüben wir sind noch nicht geflügte das möchte ich nicht dann warten wir lieber noch mal komm schnell so einmal bitte abtanken da sind wir im falschen schon starten wieder die zeit wo abtankt dass er schon mal gleich warm bleibt nicht kalt wird 20.000 haben wir da schon drin dass jede menge weiß ich weiß gar nicht ob sie so viel in unser lager passt da hinten aber wir werden sehen wir haben das lager randvoll was wir gekauft haben weiter weiter den rest können wir gleich rein kippen wie voll ist er da manns dann zeigt er mir doch da 43 prozent er ist naja passt noch passt noch jede menge rein so und rum hier und da kommt auch unser flug kommt da schon gerade das ist auch schön mal gucken ich glaube da kommt jede menge raus dann müssen wir noch mal gucken dass wir vielleicht in zwei felder oder drei dass wir mal jede menge raps anpflanzen raps bringt relativ gut kohle immer auch wenn er preis bisschen im keller ist aber wir können es ja ein lagern das ist ja das gute jetzt können wir es einlagern das getrocknete getreide das lassen wir haben wir dann gleich immer noch ein bisschen holen und da rein kippen unsere trocknungs kammer wir werden das nochmal anders mal als blöde ist die eine kammer wo wir das abholen das getrocknete getreide wäre auch gut direkt zum abkippen aber dann können wir da nicht mehr rein fahren ordentlich ich will mal gucken was das manuelle heißt vielleicht kippt das auch direkt von alleine immer runter das müssen wir dann mal testen ja kurz ausmachen wir an die gute maschine auch unsere letzte fahrrad müsste das auf dem feld sein dann können wir gleich mal gucken ob ihn auf feld 6 6 6 ist es gar nicht da unten feld 16 16 müsste das sein jeden fall durch irgendwas mit der 6 oder feld 16 was richtig nochmal passt passt nicht ganz okay dann drehen wir gleich nochmal einen kreis auch ganz schön dreckig schon unser klas unser klas maxi dominator 118 sl und die letzte reihe können wir noch gleich nochmal voll abtanken so alles drin sehr schön tanken wir dich mal ab so geht das schneidwerk zusammenklappen wieder auf den wir gucken in der zeit mal wie unsere abgeerntet warum haben die denn schon eine dünge stufe da müssen wir doch vielleicht mal immer auf drei dünge stufen ist halt so so genau jetzt hat es die erste dünge stufe jetzt passt es dann nochmal mit drei dünge stufen so das können wir aus machen das muss geflügt werden muss eigentlich alles geflügt werden das ist aber auch doof gelassen diese sorgen lassen wir mal auf eins dann passt das weil wir ja alles gedüngt haben haben wir ja so gucken wir mal jetzt weiß ich nicht was so das ist noch ganz hell also wird es doch als erstes der weizen nehmen wir vom feld holen das ist okay dann werden wir die maschine jetzt mal runterfahren dann wird es doch jetzt als erstes der weizen bei denen haben wir doch als erstes angepflanzt das ist ja nicht so schlimm das ist auch bald fertig wenn er fertig ist dann starten wir den gruber dann bringen wir unser schön mädrescher mal zum hof schönen tag können wir auffahren ah du bremst hier am vorfahrt so einen schnellen 24 km h aber der schluckt aber gut spritten hier ist das zweite feld was schon es geht voran es geht voran würde ich sagen hier kriegen auch noch jede menge mais runter brauchen wir gar nicht so weit das gebiss weg stellen das können wir eigentlich mal hier mit so so unter so das gebiss brauchen wir ja noch hier ist normalerweise unser platz für unseren drescher aber das wie bist du sowieso nachher noch brauchen sowieso noch jede menge ernten müssen können wir es auch mal passieren stellen genau genau ich kümmer schon mal aufnehmen das schon mal vorbereitet so sehr schön ein bisschen bisschen musst du noch wachsen so dann stellen wir dich hier ab wo ist unser lkw da ist unser lkw so einmal umdrehen vollgas ich wäre mal in der nächsten folge zu unserem getreidelager das getreide werden wir auch die anderen sachen ein unser außenlager bringen wo wir auch unsere neue schweine zu haben die aber erst später ein gang läuft erst wenn unser hof läuft ich danke euch auf jeden fall für zuschauen bis zum nächsten mal auf wiedersehen bei bürger im lp tschüss